Liebe Freunde, heute möchte ich mit Ihnen über einen Vers aus dem Johannes-Evangelium nachdenken, der uns viel über das Wesen und den Willen Jesu Christi offenbart. Es ist Jo 17,1 und er erhob seine Augen zum Himmel und sagte, Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht. Dieser Vers ist Teil des sogenannten hohepriesterlichen Gebet Jesu, dass er kurz vor seiner Gefangennahme und seinem Leiden sprach. In diesem Gebet wendet sich Jesus an seinen himmlischen Vater und bringt seine Anliegen für sich selbst, für seine Jünger und für alle, die an ihn glauben werden, vor Gott. Was können wir aus diesem Vers lernen? Erstens sehen wir, dass Jesus eine innige Beziehung zu seinem Vater hatte. Er nennt ihn, Vater, was ein Ausdruck von Liebe, Vertrauen und Zugehörigkeit ist. Er blickt zum Himmel auf, was zeigt, dass er sich seiner Herkunft und seiner Bestimmung bewusst ist. Er weiß, dass er vom Vater gekommen ist und zum Vater zurückkehren wird. Zweitens sehen wir, dass Jesus sich der Stunde seiner Verherrlichung bewusst war. Er sagt, die Stunde ist gekommen. Damit meint er nicht nur den Zeitpunkt seines Todes am Kreuz, sondern auch seine Auferstehung von den Toten und seine Himmelfahrt zur Rechten Gottes. Er sieht sein Leiden nicht als Ende, sondern als Anfang seiner Herrlichkeit. Drittens sehen wir, dass Jesus das Ziel seiner Verherrlichung klar vor Augen hatte. Er sagt, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht. Damit zeigt er uns, dass sein ganzes Leben und Sterben darauf ausgerichtet war, den Vater zu ehren und zu offenbaren. Er wollte nicht seine eigene Ehre suchen, sondern die Ehre dessen, der ihn gesandt hatte. Liebe Freunde, was bedeutet das für uns? Es bedeutet, dass wir Jesus Christus als unseren Herrn und Erlöser anerkennen und ihm nachfolgen sollen. Er hat uns durch sein Blut von unseren Sünden gereinigt und uns zu Kindern Gottes gemacht. Er hat uns den Weg zum Vater gezeigt und uns den Heiligen Geist geschenkt. Es bedeutet auch, dass wir wie Jesus eine enge Beziehung zu unserem himmlischen Vater pflegen sollen. Wir sollen ihn als unseren liebenden Vater anrufen und ihm unser Herz ausschütten. Und wir ihm vertrauen uns und von ihm führen lassen. Es bedeutet schließlich, dass wir wie Jesus das Ziel unseres Lebens in der Verherrlichung Gottes sehen sollen. Wir sollen nicht unsere eigene Ehre suchen, sondern die Ehre dessen, der uns berufen hat. Wir sollen nicht unseren eigenen Willen tun, sondern den Willen dessen, der uns liebt. Liebe Freunde, möge Gott uns helfen, diese Wahrheiten zu erfassen und zu lieben. Möge er uns durch seinen Sohn Jesus Christus segnen und verherrlichen. Amen